Ein herzliches Willkommen bei Stefan zu Gast. Dass der Unstruth-Heinig-Kreis richtig coole Jobs anbietet, das habt ihr sicherlich jetzt schon gemerkt. Aber heute habe ich eine mega Überraschung für euch. Ich bin bei der Firma Schäfer, eine Modellbaufirma. Und was das beinhaltet, das gucken wir uns jetzt an. Zwei Ausbildungsberufe werden hier bei Schäfer angeboten. Einmal der Zerspanungsmechaniker und einmal der technische Modellbauer. Bei einer Ausbildung als technischer Modellbauer sollte man unbedingt computeraffin sein. Weil hier werden quasi die Programme erstellt, um dann das Modell, das Werkzeug umzusetzen. Aber man muss auch ein Allrounder sein und sehr handwerklich versiert. Um so eine Messaufnahme herzustellen, gibt es verschiedenste Materialien, um ein Modell zu produzieren. Wie zum Beispiel Styropor oder Kunststoff. Der technische Modellbauer arbeitet auch in konventionellen Maschinen. Und da entsteht der fließende Übergang zum Zerspanungsmechaniker. Beide Ausbildungen dauern dreieinhalb Jahre. Der Zerspanungsmechaniker arbeitet hauptsächlich an der CNC-Maschine. Natürlich beginnt die Arbeit des Zerspanungsmechanikers auch erst am Computer. Ja, und wenn ihr Interesse habt, so einen tollen Beruf hier bei der Firma Schäfer Modellbau zu ergreifen, dann habt ihr die Möglichkeit, euch hier direkt zu bewerben oder am 25.09. auf der BBK hier im Mühlhausen. Ihr Lieben, das war schon wieder Stefan zu Gast. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus Tschüssi und macht's gut. Und wenn euch unsere Filme gefallen, abonniert einfach unseren Kanal. 1. 4. 5. 6. 10. 10. 11. 11.